Und wo ist eigentlich der Hodenkrebs hin? Hodenkrebs? Ja, das ist der richtige Name für das Ding. Das war's noch nicht. Mit dir bin ich noch nicht fertig. Komm wieder her. Jetzt haben wir mir erst noch hier Rockets ein. Irgendwo da hinten konnte ich mich heilen. Da das hier ja eh eine Never Ending Story ist. Ich hätte auch drauf gehen können. Und bitte nicht Hase. Ist du da ein gebranntes Kind? Komm schon. Ey, mit der Waffe hätte ich ihn auch angreifen können. Konkass leer. Das hat der Flo vorhin mal im Chat geschrieben. Heißt das, wir sind... Wir sind hier auf der Spur. Fuck. Was ist denn jetzt? Ach, wenn ich eins hasse. Ich hasse viele Dinge, ich weiß. Aber wenn ich eins hasse... Sind's Ladebalken? Genau, hier waren auch schon Menschen. Äh. Wie realistisch. Was braucht ihr dann Gordon Freeman, wenn ihr's schon bis hierher geschafft habt? Plastik Sprengstoff C4. Ah, weißt du was? Wir haben noch keine Zeit. Los jetzt. Was sind das für Geräusche? Was? Alice-Technologie? Ich, ähm, verstehe kein... Au! What? Oh, schön, alles Waffen und so, geil, ne? Gott, gib mir jetzt den Endboss! Was? Wollt ihr mir damit sagen? Ich habe auch Sprengstoff, Dude. Läuft. Und wo ist eigentlich der Hodenkrebs hin? Hodenkrebs? Ja, das ist der richtige Name für das Ding. High-End übrigens. Ich merke gerade, wie die FPS wieder in den Keller gehen. Was ist da vorne los? Ach, der Hodi! Der Hodi ist da hinten. Hodi, ich komme. Ich gehe gleich da. Na, tut's weh? Na, tut's weh? Na, tut's weh? Aber wenn er schon mal da zufällig rumliegt, Leute. Wie schlecht. Ob! Na, willst du noch was? Hä? Was ist da hin? Du Feigling. Du Hatz. Aua. So, eine hätte ich noch. Das Sprengstoff. Da kriegst du. Boom. Wie nett von euch, mir das schon vorher hinzufauen. Was ist das jetzt hier? Lass mich raten. Hier liegt jetzt wieder irgendwo ein Rocket Launcher. Au. Um. Scheiß, wie. Ja, warte, ich krill dich. Ich krieg dich. Ja, von wegen entgegnen. Nichts. Merkt ihr, ich bin schon am Rennen. Ciao, Hase. Bis Samstag. Komm rein. Was war denn das? Kurze Pause. Hodencrab. Auch geil. Hier, schieß. Hier. Hier. Ja. Reicht das? Danke. Wo ist der? Äh, fuck. Schnell, Kills. Komm, ich nicht so weit falle. Sogar hier haben es die Menschen nicht block auf blockig hingeschafft und sie dann auch zwecklich gebracht. Und sogar ihren Dalsys Laptop liegen lassen. Weltklasse. Das stört mich ein bisschen, ja. Am Anfang, okay, mit ihrer Außenpost, mit dem letzten Außenposten der Menschheit. Alles cool, aber dass sie das jetzt immer noch so einbauen und denen nichts besseres eingefallen ist. Wie sie mit Munition versorgen können. Okay. Nicht so geil. Noch einer. Ah, jetzt ist ja eine ganze Bande hier, ne? Nicht eine Fußballmannschaft, sondern die ganze Bundesliga. Ich verabschiede mich gerade von dem Gedanken, dass wir das Spiel heute durchspielen. Das könnte auch noch so drei Stunden weitergehen, hm? Tja, mit der Shotgun hat keiner in der Xen-Welt gerechnet. Keine Sau. Ja? Oh, auch nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Oh. Oh, 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 oh. Au, raus da. Er ist über mir. Oh mein Gott, er ist über mir. Oh. Zum Geier. Kann ich das C-F- C-T-T-T-T-T-T-T. Alter. Was sind das für Fischer? Weg geht's mit euch. Okay, folgendes. Du musst hierhin kommen. Komm hier. Komm mir den C-F- Hier. Den C-F- Zünder. Wo ist der? Geht doch. Ich zeige jetzt nicht, die Granate liegt. Oh, auf mir. Wo ist er hin? Weg! Auf, lauf, lauf! Ich glaube, er ist hinter mir. Ja! Hab's kapiert. Danke. Null. Kommt der nicht hier rein? So. 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 Ich drück einfach gleich hin. Tadadadadadada. Haha. Oh. Oh. Kabel? Kabel? Ist da oben ein Schalter? Oh. Nein. Ah, shit. Komm schon, lauf! Komm, 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 komm! Hier irgendwo war... Sprengen. Ja, komm, und du stehst auch noch daneben. Flieg doch mit in die Luft. Hm. Das hat irgendwie... Ach, du Feiken, und jetzt gehst du wieder weg, oder was? Okay. Gibt es hier vielleicht irgendwie Raketen? Na, FPS im Keller? Muhaha. So. Alter. Alter, wie? Toxin. Levels. Detailer Sides. Giftiges Wasser? Warum nicht? Das war dann wohl bei denen so... Na, wer hat noch schräge Gameplay-Ideen? Komm. Jeder darf mal. Da lang ging nicht. Dann laufen wir halt mal hier lang. Kann ich nicht hier drauf laufen? Oh, da stirb ich ja schnell. Äh. Äh. Kann ich grad sagen, was richtig assig wäre, wenn ich hier keinen Speicherstand habe. Okay, also nochmal. Wir sollen hier drauf hüpfen. Okay, kapiert. Wir sollen wahrscheinlich da drauf hüpfen. Wir sollen dann wahrscheinlich da drauf hüpfen. Und dann sollen wir wahrscheinlich da hin. Lauf. Lauf. Komm. Und dann gehen wir da rüber. Vielleicht die Scheiße hier mit den Stacheln. Na, sollen wir vielleicht. Da runter? Ach, was hab ich zu verlieren? Uaaaaaah! War richtig. Es gibt übrigens, ähm, ab heute, für eine Woche lang GTA 5 Deluxe Edition, umsonst im Epic Game Store, einfach, ähm, anklicken und das Spiel gehört für immer euch. Nur mal so. GTA 5 kann man schon mal anklicken, sag ich mal so. Ah. Hodi ist wieder da. Hodi. So. Da wollen wir rein. Und das muss er uns erstmal aufmachen. Also müssen wir jetzt wieder gegen ihn kämpfen. Ohne Raketen. Okay. Okay. Das kam jetzt unerwartet, ja? Okay. Ist das okay bei dir? Jo, ich geh mal davon aus, du machst mir die Tür auf. Was macht er nicht? Er hältst mir seine verdammten Pickler auf den Hals. Ich hab jetzt mal Raketen. Au. Okay. Was haben wir? Hier muss doch irgendwo ein Nest sein. Willen. Wie. God. Auch sagett. Du musst das gehen einfach mal ab darum lanzieren. Wie. Verst du, dass du? Das war's für heute. Na, Flo? Das hättest du nicht gedacht, hä? Jo. Scheiße. Lauf, 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 lauf. Habe ich nicht nur eine Brechstange in der Hand? Egal, lauf. Oh mein Gott. Ich häng fest. Ah, ah. Scheiße. Crap. Jede Menge Feuer. Ich sterb. Aber dich nehm ich mit. Was war denn das? Noch mal. Komm runter jetzt. Lauf, lauf, lauf. Ich hätt' eigentlich gedacht, wir müssen da lang, aber okay. Okay. Penal. So, speichern wir mal in Ruhe. Ha, 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 ha. Au. Fuck, das war der Fehler. Ich mach einfach. Ach, das tut dir jetzt nicht weh. Geil, das geht ja sogar weiter. Ich hab gedacht, ich bin tot. Ja, wenn wir schon mal da sind. Ammo? Wie, jetzt die ganze Aktion für nix? Was hat der Hudi eigentlich für ein Problem mit mir? Gut, ich hab ihm ein paar Raketen zum Schmecken gegeben. Brennhudi. Houdini. Ha, ha. Der mit dem Hoden tanzt, was?